Sie wurden von Ihrem Berater zu einer Online-Beratung eingeladen? In diesem Video erfahren Sie, wie einfach eine Beratung mit Bridge für Sie funktioniert. Das Wichtigste zuerst, Sie müssen Bridge weder auf Ihrem Rechner installieren, noch ein Nutzerkonto anlegen. Sie haben wahrscheinlich von Ihrem Berater eine Termineinladung per E-Mail erhalten. Darin finden Sie den Link zum virtuellen Beratungsraum und einen Link, mit dem Sie Ihren Ton und Ihre Kamera testen können. Wir empfehlen dies vor Ihrer ersten Beratung mit Bridge durchzuführen. Über den letzten Link finden Sie Tipps zur technischen Einrichtung. Um der Beratung beizutreten, klicken Sie auf den Einladungslink, geben Ihren Namen an, wählen aus, ob Sie Kamera und Mikrofon ein- oder ausschalten möchten und bestätigen, falls nötig, die Datenschutzbestimmungen. Nun befinden Sie sich im virtuellen Beratungsraum mit Ihrem Berater. Falls Sie einen sechsstelligen Code bekommen haben, gehen Sie auf unsere Webseite bridge-systems.com. Über Ihr Konto und bereits Kunde kommen Sie zur Anmeldeseite. Gehen Sie auf die Option in der Mitte der Seite und danach auf Sitzung beitreten in der oberen rechten Ecke. Hier können Sie den Code eingeben. Das beste Beratungserlebnis für Sie kann mit einem Computer oder Tablet mit dem Browser Google Chrome, Microsoft Edge oder Mozilla Firefox erzielt werden. Wie bereits angesprochen, werden Sie zu Beginn der Sitzung gefragt, ob Sie Ihr Mikrofon und Ihre Kamera an- oder ausschalten möchten. Die Auswahl kann jederzeit in der linken unteren Ecke durch Klicken auf die entsprechenden Symbole geändert werden. Sollten Sie Probleme mit Kamera oder Ton haben, können Sie links in der URL-Leiste auf das Schlosssymbol klicken, das gewünschte Mikrofon oder die gewünschte Kamera freischalten oder blockieren. Beachten Sie hierbei, dass sich diese Einstellungen von Browser zu Browser geringfügig unterscheiden. Genauere Informationen dazu finden Sie in einem separaten Video. Bridge bietet die Möglichkeit, dass Sie zusammen mit Ihrem Berater interaktiv arbeiten. Sie können zum Beispiel Dinge auf interaktiven Folien auswählen, Informationen selbst eintragen, zeichnen und Notizen machen. Sie möchten Ihrem Berater einen Vertrag oder ein anderes Dokument von Ihrem Endgerät zeigen? Dies geht mit dem Screensharing über das Symbol in der unteren Leiste. So können Sie Inhalte direkt von Ihrem Bildschirm aus teilen. Sie haben die Wahl, ob Sie den gesamten Bildschirm, nur ein Anwendungsfenster oder ein Tab aus einem Browser teilen möchten. Aus Gründen des Datenschutzes empfehlen wir nicht, den gesamten Bildschirm zu teilen. Um das Screensharing zu beenden, gehen Sie einfach zurück in die Beratung und klicken Sie auf Bildschirmfreigabe beenden. Dokumente können auch unkompliziert über den Chat ausgetauscht werden. Das Symbol dafür befindet sich ebenfalls neben dem Kamerasymbol. Klicken Sie auf das Plus-Symbol im Chat und wählen Sie die Dokumente von Ihrem Endgerät aus, die Sie senden möchten. Laden Sie diese anschließend in den Chat hoch. Ein Hinweis? Bridge unterstützt die gängigen Dateiformate PDF, JPEG, PNG und GIF. Gemeinsam mit dem Berater können Sie Verträge und Dokumente während oder nach der Beratung digital unterschreiben. Dazu bekommen Sie den Vertrag per App, SMS oder E-Mail zugesendet und unterzeichnen diesen per Smartphone oder Tablet. Wie dies genau funktioniert, erklärt Ihnen gern Ihr Berater oder Sie schauen sich folgendes Video an. Ist das Beratungsgespräch zu Ende, können Sie die Beratungsdokumentation direkt herunterladen und haben damit alle Informationen aus dem Online-Termin in einer PDF-Datei. Das ist ein Ein��幣 Gerät aus D framed� vor. Wie ist Dein Betriebs? Also dieses Video vom NDR geben.